Arm nach unten, der Blick zurück, das deutliche Armzeichen. Der Blick nach links und da sind noch Fahrzeuge im Kreisel. Und jetzt sehe ich, der Kreisel ist frei und ich fahre los. Ich bleibe in der Mitte der Fahrspur. Und nach der letzten Ausfahrt das deutliche Armzeichen, dass jeder weiss, der Velofahrer geht aus dem Kreisel.